Hallo und herzlich willkommen zu diesem Evolution. Mein Name ist Shamanji. Ja, und ich habe hier was Neues gekauft, und zwar Auto selber basteln. Das ist doch cool. Das ist eigentlich für ein Fleck. Diesen Fleck kriege ich auch nicht mehr weg, ne? Aber wir können auch ein bisschen Scherze kragen. Na komm, steh jetzt auf. Hihi, ein Bullekarn. Äh, ein Puss. Oh mein Gott. Ja, ja, du kannst ja gleich essen. Dann ins Bett, und dann gehst du ins Bett. Danach kannst du ja gerne was essen. Er isst ja Gott sei Dank automatisch. Deine Anzeige ist ja noch auf gelb. Also ist es ja nicht so. Jetzt hättest du da noch was essen, das ist doch schon mal gut. Und danach kannst du gerne noch schlafen. So. Geht doch. Ich möchte gerne, ich möchte mal gerne wissen, ihre Sauberkeitspunkte. Wo sind denn die? Da. Ähm. Da. Oh, noch drei, dann hat sie voll. Nice, nice. Was ist mit ihm? Er hat noch nix. Haha, er hat noch nix. Ja komm, du kannst hier mal aufreien. Alle Rechnungen dann bezahlen. Leider badet. Hast du aufhören zu baden? Und jetzt einfach mal ins Bett gehen, du doofes? Oh. Oh, 160, gut. Also in den zwei sind die Mieten, äh, viel günstiger. Ich war nicht. Ach, die Mann, du luchst. So. Hochbeschleun, säubern. Schla, 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 schla. Geh doch mit dem doofen Hund raus. Spazieren für... Schla, schla, schla! Schla... Schla, schla. Schla, schla... Schla, schla. In die Uhr Ich hab dich weg Na los komm mach mal was schneller da Bring das mal Ach man nicht das Kind, das geht hinweg War ja aufm Dann kann sie noch schlafen. So, und der kümmert sich um das Kind. Ach, die Kleine ist jetzt äterlich. Komm, bring das Kind hier zu laufen. Komm, 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 komm. Schau, was macht der denn? Der ist so behindert. Geh schlafen... Seilbern, baden, seilbern. wie süß kitty cats die süße Tina schläft die sind so süß die Katzen und Hunde das war auch das Highlight in Sims 2 Tiere in Sims 3 war es ja genauso da war es auch das Highlight, wo er da Pferde kam ja los, komm ich kann auch mal aufstehen jetzt hier da 70 und er hat schon man geh doch ja, dann mach doch das Bett dann bring das raus dann Schätze graben so dann gehen wir da nicht auf die Eier so ach, die Kräne können wir jetzt auch aaaaah, ok oh, jetzt muss was da hin? Kassouwe Dojo na los, tu ich reparieren so, jetzt kann die Engel baden danach kommt sie hier rein dann kann sie was essen Insekten aufspüren du Insekten aufspüren Schatzkram Alter, wie viele Sachen er schon hat und er ist schon das rote Gott ja, er hört dann auch auf und dann soll er was essen Dein Haar Wann aber alleine machen So, die Kräne tut dann baden Oh, wie süß Was hab ich in Sims 3 gar nicht? Was denn? Oh, wie süß In Sims 4 gibt's sowas nicht dass man das kleine Kind baden kann Flasche geben Flasche geben Nein Füttern Ach genau, jetzt werd ich das noch verkaufen 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 Oh, gut Geld So, knuddeln Vertraut knutschen Mit Engel reden Quiz Biba Ah, Flanusha Wollastat Kinderlich beibringen Laufen beibringen Laufen beibringen Oh, da muss jetzt auch Es reicht jetzt auch erst mal Silber Ruhiger Invisieren Es gut, dass ihr Hey, na mich du Tschepak Ahhoh Wadda 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 Oje Oh, lecker, lecker. Und spazieren, säubern. Auch säubern. Die ganzen Kutzen wegmachen. Und das auch so, komm. Hallo, die Kleine liegt hier drin. Ein Hundebett und schläft. Ach, wie süß. Knappaufeln. Boah, was hier für Löcher sind, Mann. Boah, du kannst hier auch mal Löcher aufführen, hier. Oh, hier ist schon... Lalo! Ich weiß, der Poppik. Es ist ein Liga-Torsi. Oh, ich sind müde, die Jorgen. Klik. Ja. Klik, kusat! Alla, die kommen nicht aufs Telefon. Hallo. Was ist da wegkriegen? So, die Kräne kommt jetzt in ihr Bett und dann können sie auch schlafen. Oder auch nicht. Bill ist heute nicht bei der Eierarbeit erschienen und wird gefeuert. Tja, wenn er nicht arbeiten geht, kann ich ja nix tun. Ja, selber schon. Auffüllen, auffüllen. Die Kleene mal ins Bett bringen hier. Oh, bei Ratina ist es auch so, dass sie bald keinen Job mehr hat. Ticaticaaaa! Ticaticaaaa! Ticaticaaa! Ticaticaaa! Picaticaaaaa! Picaticaa! Picaticaa! Glep! Haha, le Bulli! Spülön. Trinken. Zolpern. wir müssen beide arbeiten so leute dann werde ich mal sagen dann beende ich diese Folge für heute und wir sehen uns das nächste Mal